so ach wo sind wir denn hier naja ich wollte ja hier den baum hier ab wir wollten aber anstunden waren eigentlich auf der suche noch nach der also dass man den baum in ruhe hast du eigentlich noch auch nicht schon gut und ich habe schon einfach hier irgendwann muss noch eine hülle kommen also latschen 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 und ich aus den latschen war natürlich auch gucken dass man zusammen da eigentlich so absetzen wenn wir so weit laufen schicke schulchen an mit zwei juli es war ans meer gekommen das ist natürlich toll jetzt hätten wir schon noch mehr gehabt aber buddel mal ein bisschen schneller ich habe so das komische gefühl da wird keine höhle geben darum nie aber möglichkeit runter zu fallen stimmt wenn du vorne auf die ecke rauf ja ja und dann buddelst du mir das unter den füßen weg ich kenne dich naja ja 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 ich kenne dich die liebe nase so da hinten haben wir noch das geht immer noch weiter oh das sieht vielversprechend aus ok auch mit ein schneeball meine re die bütteln warte mal jr bei erster schaden genommen nee nach sauer so aus wo bist du jetzt links links dankeschön du bist ja ein gentleman ich muss doch mal seit dem ich höhle zu finden sein sag mal mit nur insel gelandet ja hier geht es ja weiter eigentlich zu hinten können wir zu einmal sieht doch hier so aus guck mal so jetzt im kreis gelogen dahinten jetzt richtung haus ja auch neuer jetzt sagen ich habe uns verlaufen und wir finden unser haus nicht mehr da ist er doch da ist er der schuppen ist ja keine insel hier gut hier lang gehen er musste ungewerter ein mensch wasser wird schon wieder dunkel da ist eine hülle ich glaube ich habe eine hülle aber kohle abgebaut nicht hier drüben auf den arbeit der drüben ist doch eine höhle hier haben wir nur eine stadt gebaut hier ist die kohle 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 wie geht es runter da sie ist da wird auch mal zeit wo ganz die wenigstens erstmal das hat eine scheiße war konnte ich ja nun riechen super tolles glück haben also gut noch mal ich muss m m m oder aufschlust da musst du auch mitnehmen ich habe zehn stück im inventar ein hast du liegen lassen tut mir leid ich schäme mir sind wir hier gelandet die kiesel ist auch nicht großen pilz jetzt ist doch da aber der spielte nicht mit doch klar sag mal irgendwo muss doch in der höhe mal bis dran vorbeigelaufen weiter und das tut es auch super und wie weit jetzt problem ist gleich mal zum aufstieg das netze von die helligkeit zum aufnehmen ja ja wie viel spitzhacken hast du gemacht das ist für ihn erstmal eine oh oh ich steck aufs bühne wow könnte dann bei einem hier vor der zeit Oh hier gehts runter. Verstehen, Alter. Gehen Zombies oder so in die Rückenhaut. Noch ist nix zu hören. Ja. Du siehst ja, komischerweise tauchen sie einfach so aus und nicht, Sau. Sag jetzt nicht, du bist runtergefallen. Das wär jetzt Mist. Oh ja, solange man kein Hardcore spielt, bleibt nicht so glücklich. Ich denke, das ist dann doch etwas, was ich mir nicht antun muss. Doch, irgendwann mal. Boah. So, der Rest ist deins, meine Spitzhack ist Put. Wir könnten aber auch... Ja. Achso. Warte mal. Klar wird. So Stöcker mit. Ja genau, so ein Ding bauen. Kann ich dir noch... So. Ja, oder so. Kann man gleich mal Eisen machen. Und dann kann man das kleine Eisen-Spitzhacker bauen. Dann siehst du. Schöne Ding. Und wie geht mir die Fledermaus hier so ein bisschen... ...auf dem Senkel. Wjesen.